Yo Leute, was geht ab? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute spielen wir Bad Wars. Und ich würde sagen, let's go! So, erstmal ein paar Sachen kaufen. Also diese Map habe ich auch noch nie gespielt, aber wir sind Team Grün. Das heißt doch schon mal was. Team Funky Bunch! Mein Spaß! Okay, hier ist unser Bett. Ganz komisch. Leider muss man das Bett hier immer so komisch zubauen, wie die Namen. Das nervt mich schon ein bisschen, aber egal. Ich hätte jetzt hier weiter... Hier gibt es auch noch nichts. Da müssen wir uns kurz rüber bauen. Auf welcher Version spielt ihr eigentlich Minecraft? Auf Yahoo oder der Bedrock Edition? Weil in der Bedrock Edition kann man ja so komisch nach vorne bauen. Eigentlich fühle ich das viel cooler, wenn man es so macht, aber das ist natürlich einfacher. Jetzt habe ich schon kein Ziegel mehr. Da holen wir einen schönen Neuen. Ich muss jetzt hier noch ein Kind werden. Ja, das sollt... 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 Hoffentlich ist man zumit grad nicht gestorben. Ja, das wäre... Das wäre... Das hier ist... Die Korinther. Achso, das ist ja bei mir. Und dann haben wir hier noch 30... Die legen wir hier hin, obwohl man es eigentlich in Legis machen kann, aber auch hab ich grad gar nicht gebraucht. Hier ist Eisen... Vier Eisen, dann... Kaufen wir uns, glaub ich mal, einen Bogen und verbarnen den erstmal. Da hast du den Schubs hier da unten. Da hab ich kurz vergessen. Hm... So, der kostet Gold. Egal. Können wir uns hier was holen. Ja, komm... Ja, komm... Ja... Das ist schön, wenn ich es glaubwürdig... Da fangen wir... Und jetzt noch mal einen Grund... Dann legen wir es da... Zu... So... Wie viel liegt der denn noch? Ja, okay... Wenn... Das... Dann... Kaufen wir uns... Schnell... Aber noch kurz ne Kleinigkeit... Wollen wir uns auch erst tun... Ja... Das ist so... Ähm... Komm... 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 Jetzt war es jetzt aber erstmal mit Kaufen... Jetzt können wir direkt reinpushen... Ach, davon sind auch schon direkt welche... Und da... Wir gehen uns kurz drüber... Vergesst gerne nicht, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren... Das würde mich sehr freuen... Kuss für euren Support über uns in der letzten Zeit... Also... Ich seh, dass sie mich wirklich sehr unterstützt... Und dass sie mein Liebes auch feiert... Da muss ich kurz aufpassen... Hier sind sehr viele... Nein... Ich wurde gekillt... Egal... Ich hab... Doch... Und wir müssen auch noch... Aufpassen... Dass das nicht abgebaut wird... So... Da hab ich auch wieder genug... Ich frag nicht, woher ich jetzt den ganzen Loot hab... Dann holen wir uns hier noch mal... Albus... Dann kommt die in die Kiste... Und wir gehen hier wieder drüber... Ich feier diese Map irgendwie nicht so... Weil die... Irgendwie so unübersichtlich ist... Entschuldigung, oder? Nein, 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 nein... Warte nicht... Nein? Ich dachte, die wird dann ehrenlos... Egal... Aber ist so dumm gelaufen, ne? Bleib ich die überhaupt T-Mates? Frag ich mich grad... Oh ja, da drüben ist einer... Aber der steht irgendwie auch nur die ganze Zeit da... Dann sind wir hier drüben... Hier ist ein Blauer... Dann müssen wir... Zuge... 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 Küllen... Ja, das haben wir geschafft... Stark... Kurz regenerieren... Ja, okay... Schade... Ich wollte mich grad drüber bauen... Alles war doch klar... Ich hatte halt nur... So viele Kerzen... So viele Kerzen... Ohi... Ja... C... Dafür geh ich gerne in die Base und upgrade was... Das... So... Dann gucken wir uns hier mal... Eisen... Jetzt wird das... Jetzt haben wir noch... Zwei... Dafür... Gucken wir jetzt mal nichts... Dann holen wir uns jetzt noch ein paar Blöcke... Okay... Ich muss mal ob ich kurz hier hin... Dann direkt wieder hier hin... So... Wo sind meine Teammates... Weil ich finde... Blau ist irgendwie... Für die ganze Zeit... Ich versuche mich jetzt mal... Okay... Das ist ein schlechter Riesen... Klotz... Wenn die auch mal schwert... Jaaa... Lecker zu bauen... Ja... Die haben wir wohl auch schon für den... Okay... Was zu machen... Uhu... Weg... Mit dir... Fahrstark... Aber ich glaube... Dem reagiert es jetzt nicht mehr so gut... Hm... Haben die noch ein Bett? Ich... Oder? Die sind schon weg... Alles wird jetzt schon weg... Egal... Irgendwas nach mir mitnehmen... Kann ich eigentlich bei denen in dem Shop was kaufen? Hey, ja... Okay... So... Dann gucken wir uns mal... Ja, gucken, dass es geht... Dann haben wir noch 3... Wo können wir uns denn nicht leisten? Team-Effekt... Da gibt's auch nichts... Sonstiges... Krummelwissen... Zwei Feuerzeuge... Da ist ein Ender-Tour... Da packe ich mal... So... Ding... Alles hier rein... Und dann gehen wir auch... Schon wieder in die Mitte... Da geht... Glaube ich... Alle zu mal... Unser Base... Da muss ich... Das ist mein Teammate... Ah ja... Ich bin da rum... So... So... Ganz viele... Die ersten haben die... Die ersten haben die... Die ersten haben die gepillt... Hä? Ja... Okay... Kann man jetzt machen... Ich hätte jetzt auch Sachen über eine Ender-Tour... Ja... Wichtig... Da kaufe ich mir ein paar Blücke... Das wird reichen... Das wurden wir hier hin... Und weiter geht's... Davon wir das... Lavafeuer... Einsortieren... Äh... Na gut... Ja... Äh... Dazu... Sag ich jetzt mal... Gut... Nichts... Egal... Wie kann ich das sagen... Ah... Da ist ein Router... Wo schaffe ich... Wieso schaffe ich das? Und so close! Hä? Ja okay... Ich will... Das... Okay... Ein Diamantschwert... Ich möchte nicht wissen... Wie viel... Schauen der bei den Gegnern macht... Also ich weiß nicht... Ob das so richtig ist... Was ich hier alles mache... Ihr könnt mir gerne... In die Kommentare... Ein paar... Tipps reinschreiben... Das würde mich sehr freuen... So... Hier drümen... Nein... Geht vorbei... Jetzt kann ich nicht abbauen... Super... Jetzt checken die nicht... Dass ich bei denen bin... Dass ich bei denen bin... Dann baue ich mal... Das bitte auf... Tschülig ab... Oder? Wenn ich das schaffen würde... Hallo... Woher kommen wir jetzt... Ah... So... Das spittern wir weg... Dass wir das nicht gecheckt haben... Warum? Egal... Ist ja nicht mein Problem... Hä? Oder ich bin... Ich bin die Sentiment, ne? Ja, den haben wir den... Nice... Er ist raus! Boah... GG... Wir haben das Match gewonnen... Ich würde sagen... Das war's auch schon mit dem Video... Und... Ciao!